Blut ab Ja hör auf, so wie früher Blut abzopfen bis man fast tot ist und dann spawnen lassen die Leute Wenn ich einen Leiche gesehen habe, den komplett weggezopft da fling 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 hab ganz wenig Leben gelassen und aufgestanden ist er tot und dann weiß der nie wer den gekillt hat aber der hat trotzdem cooldown Darum gibts die Getränke jetzt Is die Energy Drink Aber wir brauchen nicht Oh Was brauchen wir eh? Wir brauchen eh Steine 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 verarmst wegen dieser Pilax So 100 Steine glaube ich brauchen wir 100 Pilax meine ich Sind die alle auf K Ah ah ist er schnell runter Lauren will ihre Ruhe Lara will ihre Ruhe nicht Lauren Lara Ja der BF wird richtig schnell fuhren Ja der hat 8300 Er hat 8700 Jetzt hat er 8300 Er hat 8300 Er hat 8300 Naja ist doch nicht schnell Ja doch diese paar Minuten Junge Das ist bestimmt schon halbe Stunde her Ok Vielleicht zum Daumen schießt aber wenn er lebt ist und er verhungert hat das geht schnell runter hab ich gemeint So So Die Gehwinger mit Wolfwinger leveln So 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 Na ja. Aber ich hab dich schon getötet, Junge. Okay, Level mit Wolf ist hier schwer, weißt du, nur... ...weißt du, nur... ...weißt du, Fresser töten ist, Alter. Ich fasse kein Level ab. Ja, dann musst du schon... ...muss du schon Paracetas und sowas töten. Ja, Paraceta, Kano oder T-Rex. Darum den Berg gibt auch nicht so viel. Paraceta hat jetzt nicht zu killen, wegen Prime Meat. Okay, dann 2. Und das ist ein Kano, Level. Wie das so 150 ist, dann schafft das... Oh, 145er Kano, Alter. Ich glaub, schafft er's, äh... ...wird das Agro für mich, schafft der Wolf das? Glaub ich nicht. Scheiße, ich bin in einer Falle. Ja, doch nicht so hoch. Ich hab schon ein wenig Angst, was er nicht stirbt, der Wolf. 140er. Ja, den muss man aber töten, den Kano. Nimm, äh, bist du in der Nähe von Bs? Ja. Der Kano ist in der Nähe von unserer Bs, weißt du? Diesen fetten Stein ist er. Ja. Nimm mal Pteradon. Ich nehm jetzt gerade gar nix. Töte den doch. Weißt du was, ich hab... Oh, lol, der Scheiß. Wolf hat das komplette Essen gegessen, Alter. Da bringe ich mich kurz ein... ...Reh, der Freund ist ein Reh. Ja, wenn ich ihn dreimal vorher beiße, dann glaub ich sterbt der. Und ich mach schon 100... ...165 Schaden, das heißt, das muss schon ausgehen. 156 Schaden mach ich. Und der beißt auch viel mehr schneller. Der Kano! R ich locker er hat wegen der Hälfte Leben fast runtergepokt, aber er hat 300 Schaden gemacht, die hat 100 Ding los. Aber darum bin ich leer. Aha Lara, was hast du denn gemacht? Ich habe in Lara einen Deal vorgeschlagen, wegen dieser Quetzern und alles, also ja, die ist nett. Hör, Nicola, manchmal bist du ja schon so ein kleiner Drecksack, ne? Äh, was du denn, wenn du einen geilen Trick zeigst, das muss auch was kosten. Alles gratis auch nicht. Komm, bei mir, Alter. Wir brauchen eh sowieso Fleisch, wir haben kein Futter und kein Fleisch mehr. Okay, wo hast du 400 Militärmitschätzt, das ist richtig, gell? Ich habe nur 30 Kapitel 9 ergriffen, scheiße. Wir haben auch Themen können. Ja, hätte hätte Fahrradkette. Ja, aber keine Ahnung warum. Hahaha. Ja, ja. Ja. aine Der weiße Spawn ist nicht runter? Na doch. Alles, äh, Fackel, das kann ich gebrauchen. Alles wegschmeißen. Aber auf Primitiv was man merkt, es gibt nur einen Affenboss und mehr nix. Echt? Äh... Oh, lol, ein Kano ist gespawnt mitten in diesem Varroa. Kano über 20, das schaffe ich locker. LOL, ist er in dem Jägerin? Der war schon beschädigt. Aber jetzt weiß man, wer viel Fleisch farmt. Der Wolf farmt richtig hardcore Fleisch. Und jetzt ist er schon zurückgekommen, der Wolf ist schon voll. Er hat schon so ein paar Level bekommen. Deutsch? Einmal ein Jahr, geht's schon? Ja. Und du? Das ist gut, dass du gebaut hast. Gute Frage, jetzt kommt da der Bär durch? Klar Kannst du noch eine Höhe machen? Ne, leider nicht, das ist schon die hohe Wand Es gibt noch eine niedrigere, die ist die Hälfte Lol, du wachst auch zur Ruhe, schau Ja, du kannst da durchgehen Zack Kann ich mit Wolf auch durchgehen, dann machen wir komplett zu Aber wenn die Tiere durchpacken, dann können auch die anderen durchpacken Lol Ja, hast du scheiße gedacht, ha? Du bist der Geilste, du machst alles zu, aber Irgendwas nicht durchpacken gehen Ja, was denn? Wenn der Black was macht Ist Katastrophe Voll dies, Nuts So, jetzt hast du verkackt, jetzt habe ich Lara angestupst Sie kommt hundertprozentig jetzt hoch Ey, Blacky Hände hoch Oh, voll Ich habe gemobbt von Nicola Wenn du Warum gemobbt? Was macht er denn? Weil er sagt, ich baue Scheiße Wow Nein, ich baue gar nicht Scheiße Der hat so eine Steinwand gebaut, da kannst du rüber gehen Ja, kann ich ja nichts dafür Geht auch nicht, da kommt die Tiere durch auch Du packst einfach mit den Steinen durch Die alle Serverserbacken sind so viel suttig Leu Aber weißt du, da kann ich ja nichts für, wenn der Server so viel Bugs hat Was, das ist ja was billig, Junge Was, das ist ja was billig? Ja Oder das ist aber Bugs nicht, das ist das Spiel Du musst doch auch angeschreiben Wie billig bezahlst du den Server, den 100 Klot? Ja, der kostet 80 Euro Echt jetzt? Das geht aber Ja, voll Ich und Black, was wir gehabt haben Oder früher gehabt haben Und jetzt Also Black gezahlt ist, glaube ich, alleine jetzt Oder, ja Neutradi für den Neutradi gekostet, Blacky Keine Ahnung, 150 Slots Das ist bestimmt auch 70, 80 Euro Ja, was ich gehört Neutradi ist aber nicht so gut Neutradi hat den besten Ping ever Neutradi 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 habe ich durchgehend Egal, was ich mache Einen Ping von 17 Und der FPS über 100 Ja, ist mir noch nie abgestürzt Abgeschmiert oder sonst was Ich habe damit nie Probleme gehabt Ja, abgeschmiert schon Da, Pteradon, 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 Pteradon Wer ist das? Das ist doch Ecker und zurück, der Pteradon Lada Schlarinovic Oh Gott, was hast du mit deinem Wolf gemacht? Da habe ich noch Fleisch gefahren Willst du uns ein bisschen innen gucken, wie die ist? Na jo Aber Aber Ja, ein Bergschirm Natürlich Aber bitte nicht Herzenfach bekommen Ist richtig eng Guck mal das an Das engste Aber eng ist immer gut, ne? Lecky Hey Sorry Oh, oh, oh Was? Du hast mich gehauen da Die Tiere sind aggro Ne, die sind alle passiv Gut Mir gefällt ja der Bug hier Dass du durch die Schränke gehen kannst Flink, 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 flink Vor allen Dingen Vor allen Dingen Der Laurin gestern Weißt du, wir sind in einem Tribe Wir sehen ja eh die Namen, ne? Und der Laurin gestern Chillt sich hier rein, so Sagt Also er hat sich gebückt So, hingelegt, ne? Und sagte dann Na, ja? Siehst du mich? Siehst du mich? Ich sage, ja du Vollidiot Du schwebst da in den Schränken rum Ne, ich liege hier Ich sage, ne, du schwebst da Das backt rum Ja, aber wie kannst du mich da Warte mal Wie kannst du mich dann sehen? Ich sage, ist ja nicht so Dass dein Name grün ist Weil wir in einem Tribe sind, ne? Du schlau hast Achso, stimmt ja Er liegt nackter Ja, das sind unsere Themenkollegen Guck mal die Bücher Und die Zuckerrohr Ne, ich muss mir hier den Arsch angucken Geht gerade nicht Warum hat die einen runden Arsch als ich? Was soll die Scheiße? Warte Warte, nein Warte, leg dich nochmal hin Du musst da liegen bleiben Leg dich, ja leg dich nochmal hin Du kriegst gleich Spritze So, genau, warte Ah, du musst ein Stück nach vorne So, genau Warte Und jetzt Ich hab's gewürft Ich hab's gewürft Ich hab's gewürft Also Zuckerrohr Haben wir erst geklappt Und hier geht's auch nochmal hoch Hier geht's nochmal hoch Hier kann man jetzt nicht mehr angreifen Ah, ne Jetzt nicht nur so runtergehen Ja, ist unsere Dachterrasse Für die Dinos Ach ja, stimmt ja Man packt ja in der Schachtel auch was Aber schau ja, nehmen wir mal die Paterra Dann kommen wir mit mir Das ist unser Baumhaus Da oben Untere Stocketage kannst du gut bauen Aber die obere ist so scheiße Da kannst du nur zwei Wände bauen Und nicht mehr weiter Was? Zwei Wände? Warum bloß zwei Wände? Ja, nur zwei Boden kannst du bauen Aber unten kannst du drei bauen Und noch ein Wand vorne Und dann ist es optimal Meinst du willst das auch reingucken? Ja, ich geh mal hinter Türchen rein Ich glaub, das schaffst du nicht Musst du da oben gehen Von oben ist ja ein Luckeofen noch Tat Lara Immer zum Hintertürchen rein, ne? Ja, natürlich Ja, da muss man nur Pillax bauen Dass wir das zu haben Pillar, nicht Pillax Also einmal ein Pillar Hast du die Türe aufgemacht? Nee, die war offen Dann hab ich sie auch offen gelassen Nee, das war ich Ich kann ja gerade rütteln Rücken Wir müssen das Klopfen noch einführen Ja, you people rust Ja Gib mal eine B Gib mal eine B So sind alle zehn Männer Klick, 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 klick Und da eine so Willenegger Das kann man nicht zubauen Ja, mir haben sie immer gesagt Mach dir auf der Dör Auf der Dör Pizza Service Pizza Service Ich hab dann immer gesagt No, ich hab Döner bestellt Vorkehle Lieferadresse, Junge Oder was ich oft gemacht habe Wir machen Türe auf Wir machen Türe auf Was machen wir jetzt hier? Das machen wir auch immer Gehen wir reden Nein, nein Weißt du, was wir machen? Guck mal, am besten ist so Warte Es gibt hier eine Spitzhacke raus Hundertprozentig Ich mach mir nackig Das funktioniert Black hier Das funktioniert Black hier nicht Bei Rust hast du die Axt aufheben können Da hast du richtig voll behindert geguckt Ne, bei Rust war das so Wenn du die Axt Also die Spitzhacke genommen hast Hast du die so über dem Kopf Hochgehalten zum Schlagen Zum Werfen Oder zum Werfen Genau Und dann bin ich immer durch die Gegend gerannt Nackt Nur mit der Spitzhacke in der Hand Und dann Um die Basen von den Gegnern Ich hab keine eigene Sprache Das war schon cool Aber da brauchst du nicht Der richtige Team Ey, das ist aber nicht gut Dass du so hervorstehende Brüste hast Ne Ne, weißt du warum? Nein, nein Weißt du warum? Weil wenn du von der Seite Weggesnipert werden solltest Dann sind die Brüste Nochmal ein erweitertes Ziel Was meinst du warum wir ganz klein und schwarz sind Damit man uns nicht sieht Das ist pvp-Taktik Ich bin eine Frau Ich bin eine Frau Ist die Familie offen? Family, ja Happy Family ist offen Ne, Motör und Family heißen sie Ne, Motör und Family Sind die online oder nicht online? Nicht online Okay, Blacky Nehmen wir den Agentar Und sie sagt mir die Bs Mach Türen auch hinter dir zu Oh, ich zieh mich aber wieder an hier Ich bin mal wieder kalt Ich geh kurz bei Bea Gucken in den Tor Und dann zeige ich das Und Lara Wie viel ist denn diesen Deal Was ich dir vorgeschlagen habe? Sag scheiße, sag scheiße Welchen sind die jetzt? Den Quetzal Nein, sag scheiße Sag scheiße Okay, sag einfach mal scheiße Komm Blacky mit mir Blacky, bewegt den fette Arsch da her Wo bist du denn? Geradeaus fliegen bitte Achta Für den zwei Wasserfällen Ja, zwei Wasserfällen ganz nach oben Gibt es einen Tunnel Und der ist heftig geil, Alter Ja, Blatt machen, alles Blatt machen hier Ja, natürlich Wo kommt die Die Snaz rein Test mal vor, ob die online sind Ja Nein, die Pflanzen schießen nicht Ne, ne, die Spieler da sind, die greifen sie sofort mich an Immer hoch fliegen Immer weiter nach oben Ich schießen nicht online Nur die gute Frage ist, äh Wie kommen wir eigentlich hoch mit dem T-Rex? Was? Also wenn ich Eigentlich gar nicht Mit T-Rex hochkommen Ja Laufen Lauf nicht, oder? Hast du diese große Plattform hinten drauf? Stellst den T-Rex drauf? Fast Jo, ganz genau Birkenblöcke Boah, Alter Wie geil Äh, ein, oh laut T-Rex ist draußen Firm Was für ein Ihm steht ein T-Rex draußen Wie geil Äh, sie sind nicht online Sie sind schon online Geh weg, Blöcke Sie sind ein teuer Spieler Das bin ich Achso Ich flieg hier mit dem Vogel Fliegst du, oder rennst du rum? Ich flieg jetzt gerade Boah, ich glaube, du bist einer. Alter, wie geil. Voll heftig. Schau, 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 wie sie das gebaut haben. Traptor, Pflanzen reingetan, dass man richtig scheiß Futter wegballen kann. Aber trotzdem kannst du die Pflanzen kaputt machen. Leu, was sind da? Warte, aber sonne ruhig. Was sind das für Sounds hier? Wir haben einen Sound richtig ruhig gemacht. Ach, ne, das war okay. Wir haben ja schon gedacht. Aber die Bieste haben sie richtig behindert gebaut. Guck mal, da kannst du reingucken. Ja. Glastüre, voll behinderte Typen. Wir hätten ja überhaupt gesagt, dass die Glastüren vom Gewächshaus sind. Gewächshaus sind, aber ne, wir sind's nicht. Da geh ich gleich mit dem Spitzsack, kling, 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 bin ich schon drinnen, oder? Ja. Aber das ist alles beleuchtet. Ja, das muss rein, wenn sie online sind. Bei Offline-Rater haben wir ja ausgestellt, ne? Ja, Offline-Rater ist auch vom Pussy-Style zum Reden. Ja. Aber die B ist richtig geil. Vorne komplett zu bauen, vorne komplett die Schutzpflanzen bauen, komplett fett bauen. Das heißt, über 100 Schutzpflanzen auf jeden zwei Seiten und oben auch. Einer kommt rein, prrrrrrrrrrrrrrrrttt. Aber ich hatte eben was gebaut, das war noch nicht da. Jaja, da auf der Seite des Hunts, gell? Ja. Aber ohne Scheiß, der Platz hier ist schon echt amazing. Jo, erstmal draufkommen auf diesen Platz. Die hab ich gefunden, ich bin dieser Wasserleitung gefolgt. Ja. Ich schweb da so ein Umdenker, welche Wasserleitung weiter drauf geht's? Guck dir das an, wie wir das gemacht haben, Blackcomb, ja? Diese Wasserleitung hab ich verfolgt, aber von unten. Ich bin ja erstmal zweimal hoch und zweimal runter geflogen. Das war voll scheiße, gebaut einfach. Also wenn uns diese Wasserleitung gefolgt, dann kommst du genau da oben. Ja, anstatt dass sie da einen Fluss bauen würden. Ja. Dann hätte sie keiner entdeckt. Ja, oben oder Wassertanks, richtig viele bauen. Ja, genau. Wenn sie zehn Stück oder zwanzig, dann haben sie genug Wasser von den ganzen Gebieten. Ja. Weil hier, da geht's hier runter. Aber das ist nicht korrekt. LOL. Ich bin so gegangen und dann bin ich so wieder runter geflogen. Dann muss ich hier eine XXL-Rampe bauen, dass ich bis oben komme. Also zicke, 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 zicke. Hey, hey, hey. Wohl heftig. Ach, Lara. Kannst du dir vorstellen, dass ich das jeden Tag erleben muss hier mit dem Nikola? Ja. 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 Ich bin seit einem Monat schon arg. Sag ich, ja, warte, ich geb dir ein bisschen Hilfestellung hier. Eine Hilfestelle gegeben. Ja. Ja. Warum ist das so und so eingestellt? Ja, war richtig gelangweilt. Warum ist das so und so eingestellt? LOL. Das finde ich aber nicht gut. Was hast du da schon gesagt hätte? Alter, müssen wir soffen oder was wird hier los? Das war um halb fünf über früh. Ja und? Das ist ja kein Grund. Ja. Dann hat er mich gefragt, ja warum gibt's denn hier einen Channel, da wo draufsteht, Lara will ihre Ruhe. Ich sag ja, wenn solche Leute reinkommen, wie du die, die dann schreien, Uuuuh, ihr habt mein Tee umgebracht und das finde ich nicht so toll, ich hätte den gerne ersetzt. Ich darf jetzt den Channel, da passt bloß ich rein und das war's. So, dann haben wir da diskutiert wegen den Einstellungen. Und ganz tolle Sache, dann hat er geredet. Und dann hat der Bayer natürlich Spaß und dann habe ich gesagt, Hör Lara. So, ja. Wurde, 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 wurde. So, ja und jetzt kann ich da auch nicht helfen. Ist ja passiert. Aber, aber. So ich, nein. So ich geh, mein Lara will ihre Ruhe haben. Aber, Lara, eine Frage, wenn der Server mal abschmiert. Ja. Und ich bin in Vulkaninsel, wo vielleicht Alpha sind. Und wenn, äh, wo ich gestorben bin und, äh, mit Tavis oder Pateradon, kriegen wir die Tiere ersetzt oder nicht? Nein. Okay. Diesen Arzt. Blecke aufpassen. Äh, 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 sag das nicht mir. Ja, natürlich. Wie soll das sonst? Ja, natürlich. Na, 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 na. Kannst du mir erzählen, weißt du? Äh, erzählen, was du willst. Wenn ich jetzt nicht in deinen Treib bin oder irgendeinen, den ich kenne und du erzählst mal, ich hab da 10 T-Rexe gehabt. Wie, 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 was ist das? Erst dann getimed und dann ist ein Absturz. Und der Server setzt sich zurück. 10 T-Rexe ist voll übertrieben. Äh, es gibt aber solche Leute. Und dann setzt sich der Server zurück, weil er einen Absturz hatte, so wie ja vorgestern, wo er mich ausgeschmiert hat, der Server. Aufpassen, Blecke auf den Bär. Du kannst mir ja erzählen, was du willst, was du gehabt hast. Und deswegen gibt's keine Ersetzungen. Ich hab den Stein getroffen, nicht ich. Mein Bogen ist kaputt. Aha. Ey, du tötest mich. Hör auf, du hast keine Nacrotec-Pfeile. Ne, hab ich ja nicht. Ey, du tötest mich. Hör auf damit jetzt. Was denn? Komm so, ja, ich hab schon bewusst, dass kein Nacrotec ist. Jo, Nacrotec, ja, du Penner hat mich eingepennt. Ich hab auch Nacrotec-Pfeile gehabt, aber ich wollte nicht schießen. Jetzt guck dir mein Event da. Ja, jetzt rausnehmen oder was? Du Schlowitzer. Guck das an, ihr nehmt alles raus von mir. Guck das an. Alter, Junge, du bist ins den Tod, wenn du kommst. Warte. Und werde schießt mir nochmal drauf. Ich bring dich um. So, warte, 18, 15, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alter, ich wollte die gerade schlagen. Warte mal. Wir können das auch anders machen, warte mal. Stim-Berries. Ich geb dir gleich Stim-Berries, Alter. So. La, 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 la. Hier, 30 Stück. Aber die reichen, um dich, glaub ich, zu dehydrieren. 30, du hast mir 9 reingehaut. Das bin ich nicht. Ich hab Hilfe. Wo war das denn nochmal? Scheiße, wo liegt der? Der liegt ja gar nicht mehr! Ja. Wer bist du? Hau ab! Nein! Wo bist du denn? Ich bin eh schneller wie du. Der ist umgefallen. Alter, du diesen Arz. Komm her, wehrer. Ich kann nicht schießen! Klar! Warum kannst du nicht schießen? Er hat mich schon wieder noch kritisiert. Alter! Blacky! Du fliegst, Boyd! Jetzt mach dir einen Helikopter. Pass auf, dass du nicht wegfliegst. Blacky, pass auf den Bär auf! Renn auf den Bär! Das ist dein Bär! Ja, Junge. Die Goshen geht auf den Bär. Guck mal den Topo an! Ey, Jungs! Setz auf! Was tut's mit mir? Yo! Oh! Das ist... Blacky, du Behinderter bist du hier. Du bist hier. Das war ich! Ich hab da noch akutig Bär dran gehabt. Ach der Bär! Der... Wow! Okay. Der Bär, der hat noch. Wo willst du vom Vogel schießen? Hä? Ey! Alter! Bist du Lala? Ich hab dich geschossen. Juuuunge! Warte abwärts, dann nehm ich hier den Sattel ab! Äh... Das... Nee! Da kriegst du Fehler ever! Was denn? Ich glaub Blacky ist am Bleich ist runtergebackt und der hat meine Journeyman am Feier. Haha! Du Spaß! Ich bin Willi nur macht! Wer hat eigentlich die 9er Kuttich reingehaut bei mir? Lara! Alter! Lara! Und denk mir vor, wieso geht mein Torpo hoch? Ja! Wo bin ich jetzt runtergefallen? Wo bist du denn da geflogen? Ja, keine Ahnung. Ich wollte dich länger am Boden halten, weißt du? Hier irgendwie. Wie bist du denn eigentlich? Äh, draußen, meine Leichtern suchen. Ja, das ist ein Stein. Das ist nicht mein Kopf. Ich glaub das wär mein Kopf, aber das war nur ein Stein. Ja, keine Ahnung! Ich glaub ich bin wegen Kopf jetzt. Hast du gut gemacht, Nicola! Nice! Einmal mit Profis, naja. Lara? Ja? Äh, äh, äh? Blacky, da ist deine Leiche, du sparsst. Ihr habt deine Leiche schon gefunden, hier. In der Busch. Da! Lol, voll versteckt. Rache ist süß. Rache ist süß. Oder Pudrisch, ne? Ach ja. So, Torpo mal hoch machen, nicht dass er aufsteht. Ja, mach du mal Torpo hoch, genau. Aber Blacky, weißt du, was du machen kannst? Weil du die Bollackt? Du hast diesen Haken, oder? Ne. Du kannst mit diesem Haken, mit dem, äh, mit diesem Seil dahinter, äh, auf deine Beine, äh, rüberhaken und rüberziehen. Läu. Okay. Du musst das immer Haken immer haben. Aber ich muss jetzt...